Ich bin laut. Ich dachte, es wäre nicht laut. Ach, Kinders. Du solltest nicht so viel rauchen. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich vergesse das andauernd. Du bringst mich immer aus dem Konzept. Ja? Ich brauche jetzt eine Schaufel. Jetzt habe ich eine Schaufel. So, und jetzt bauen wir hier wieder alle zu. Oh, ich kann das nicht doppelt machen. Was kannst du nicht doppelt machen? Mich doch an der Füße hier. Verdammt nochmal. Wenn ich mir mal ein paar mehr Inventarteile erstellen will. Zum Beispiel Fackeln, dass ich zweimal Stöcker nebeneinander und zweimal darüber Kohle. Nee, mach doch einfach zwei Kohle zusammen und zwei Stöcker zusammen, das geht. Ja? Ja, probier's aus. Zwei Stöcker und zwei Kohle. Krieg ich aber auch nur vier Fackeln. Ja, aber dann kannst du zweimal draufklicken und dann hast du acht. Ah, stimmt. Wisse? Glaub mir doch einfach mal. Mal. Ja, du hast mir auch gesagt, wie ich das Texture Pack hier zu installieren habe. Ja, hat doch auch geklappt. Nein. Nachdem du dann deinen Rechner richtig konfiguriert hast. Nein. Das hat dann geklappt, als ich gelesen habe, wie ich es zu tun habe und nicht so, wie du es gesagt hast. Ja, das hab ich jetzt auch gesagt. Was baut denn ihr hier eigentlich? Hm? Das ist eine Eingangstür. Hier sind überall... Ui, wie gut aus. Ich lauf hier einfach nur planlos durch die Gegend und ihr bastelt hier Uhr. Ja. Bau doch auch was. Ja. Es ist übrigens Tag. Ja? Ja, das kriegt man hier unten nicht so mit. Das heißt, sollte man nochmal rausgehen? Ja. Hm. Das ist ja auch eine gute Idee. Ich bastel hier nochmal sowas Kleines, ne? Ja. Wie lange geht die Folge noch? Ähm. Oh, gut, dass du es sagst. Die Folge ist vorbei und wir sind schon bei der dritten. Ja. Oh Gott. Hat die hier ein bisschen Überlänge, ist ja auch nicht weiter tragisch. Das stimmt. Da ist ein Reaper. Ein Reaper? Ne, Creeper heißt der. Okay, dann heißt der Creeper. Bei mir ist es ein Reaper. Das stimmt, da ist einer, ja. Ja. Ui. Ui. Gleich sehen wir Arne sterben. Wie meinste? Also ich krieg keinen Schaden gerade. Ah, weg ist er. Juhu. Okay. Mein erster Kill. Gut, dann werde ich jetzt heute mal die Abmoderation machen. Ne, es ist ja noch gar nicht fertig. Wie, es ist nicht fertig? Ich dachte, wir sind über die Zeit. Ne, es läuft doch die dritte Aufnahme schon. Nein, die dritte Aufnahme brauchen wir jetzt nicht machen, den machen wir dann nochmal. Doch, nein, guck mal, jetzt habe ich hier schon was gebaut. Ja, das können wir beim nächsten Mal weitermachen. Ne, lass uns doch jetzt nochmal schnell weitermachen. Ich bin so unheimlich motiviert, dieses Spiel zu spielen. Naja, guck mal, wir haben doch jetzt schon wieder zweieinhalb Minuten. Oh Mann. Ja. Wir können ja eine kürzere Fäule machen. Ah. Ist das nicht ein Deal? Ja, ganz toll. Guck mal, ich baue ja auch für uns alle so einen tollen Steg, wo wir hier drüber laufen können. Ich komme nicht mehr hoch. Ne? Ne. Gedrückt halt. Oh. Ach nee. Au! Ich glaube, da hat irgendwer was über den Kopf gezogen gekriegt, oder? Ähm. Ich habe auch nichts mehr zu futtern. Ich versuche mich mal hinzulegen. Du kannst nur nachts schlafen. Hast nichts mehr zu futtern? Schön, nur zwei Herzen. Arsch rein. Toll. Äh. So. Ich brauche mal einen Eimer. Ähm, wenn ich tot bin, bin ich dann Game Over oder muss ich weitermachen? Dann musst du weitermachen. Oh. Hahaha. Mh. Eieiei. Ich... Ich suche mir eine Kuh. Ja, such dir mal eine Kuh, genau. Eine Kuh? Komm mal wieder rein. Ich habe noch ein bisschen Fleisch. Ich kann dir noch ein bisschen Fleisch geben. Nö. Da habt ihr noch mal zwei Fleisch. So, nein. Bist du drin? Nö. Warum machst du nicht wirklich zu? Ich suche Kühe. Ja, dann suche Kühe. Ich baue mir mal ein bisschen weiter. Aber ich glaube, hier ist schon irgendeine Ader, die ich nicht kaputt machen kann. Ich bin in ein Loch gefallen und komme dann nicht mehr raus. So. Wo bist du denn da? Ja, weg. Weg? Im Wald. Ich kann dich ja suchen. Mach mal. Suchen und finden. Hier. Hier ist Server-Admin. Im Wald? Wald. Hier ist ganz viel Baum, aber keine Kuh. Was passiert eigentlich, wenn ich raus zum Seegrabe? Oh! Ich habe meinen Raum im... Ja. Also ich bin draußen. Ja? Ja, geil. Ich weiß nicht, wo ich hier muss. Na gut, du kannst ja auch nach draußen weiter expandieren. Das geht ja auch. Mhm. Da geht dann in einen Wintergarten hin oder so. Das stimmt allerdings. Oh! Also wenn... Tot. Ja? Oh. Wurde aber gar nicht angezeigt, glaube ich nicht, dass du tot bist. Ähm, du kannst mit... Wenn du Sand... Sand und Kohle zusammen... Dann im Ofen... Ich will ja nichts sagen, aber... Irgendwo... Wo bin ich hier verflucht nochmal? Willkommen auf SOTOX. Lies dir bitte folgende Regeln durch, um hier zu spielen zu dürfen. Nein! Ich habe den See getroffen und wir laufen voll. Nein! 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 Warte mal, ich hole mal den... Ich hole mal den Thorsten. Äh, aber es läuft nicht weiter rein. Das wundert mich gerade. Oder dauert das, bis das voll läuft? Warte mal Thorsten, akzeptier mal. Was akzeptier? Ich bin einfach da. Wo? Ah, jetzt bist du hier. Ja, genau, richtig. Ey, wo ist denn mein ganzes Zeug? Ja, das ist weg. Oh. Also das ist da, wo du gestorben bist. Äh... Das ist natürlich die Frage, wo du gestorben bist. Da hinten. Ja? Ich bin irgendwie so einen blöden Berg runtergefallen. Ja? Ja. Na, dann such mal. Ich guck mal ganz kurz, was der Arne hier gemacht hat. Ja, ich will das wieder zubauen, weil ich glaube, das läuft in der Zeit voll, oder? Nee, das... Weil der See ist auf, ähm... Fuck. Oh. Zu, zu machen. Schnell, schnell. Ah ja, jetzt ist's. Siehste? So. Siehste? Hier liegt mein ganzes Zeug. Ja, dann sammelt's doch ein. Mach ich auch. Hab alles wieder. Aber nein! Warum kommt das hier schon wieder raus? Oh! Tod. Nee, du bist nicht tot. Ich hab aber gesehen, dass du gefallen bist. Ah. Ja. Ach man, wo die Strömung hier. Ja. Ich muss den anderen leidig zu bauen. Warte mal, wie ist denn da der See? Komm ich da hoch? Nee, ne? Ja, da den... So raummäßig oder so, das ist glaube ich nicht so gut, wenn du da... Warte mal. Na... Doch jetzt... Was machen wir hier denn noch recht wieder unten zu? Ja, mach mal zu. So, warte mal. Ich will jetzt mal was basteln. Weil wir wollen ja auch so einen... So einen kleinen Garten haben, ne? Oh, Garten hört sich immer gut an. Ja, da kriegt man dann nämlich was zu essen her. Beziehungsweise Getreide. Und aus dem Getreide können wir dann Brot machen. Damit der Thorsten uns hier nicht so oft wegstirbt. Weißt du was? Ich sterbe einfach, wenn ich sehe, dass ich hier draufgehe langsam. Sterbe ich einfach hier vorm Bett. Ui. Ja, kannst du doch machen. Ja. Sind klar. Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt hier am See. Also... Ganz schön heftig. Ja, also? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ähm... Bau doch einfach mal was. So kleine eckige Räume, so mit Steinen auskleiden. Wo bist du denn überhaupt? Weg. Warte mal, da ist Arne. Spurlos verschwunden. Ich bin doch in meinem kleinen Cabo 4, ja. Äh... Ich weiß nicht, wo da Torte ist. Wo bist du denn? Ich grab mich in die Untiefen der Unterwelt vor. Ja? Ja. Du hast ja gesagt, irgendein komische Vogel soll ich finden. Den hole ich mir. Vogel? Ich buddel mich einfach mal stumpf nach unten durch. Ja, kannst du machen. Was passiert denn dann? Oh! Fuck! Hier komme ich nicht hier raus. Schon kaputt. Nee, aber hier komme ich nicht mehr raus. Ja, dann kannst du dich rausbauen. Hab ich. Ja? Ja. Dann ist doch alles gut. Also ich habe, ich finde meinen Raum ist schon ziemlich gemütlich geworden. Da muss jetzt nur irgendwas ausgekleidet werden. So, ich bastel jetzt einfach mal hier... Sogar zwei Außenfenster. Ich bastel hier jetzt einfach mal so eine Plantage hin. So, da draußen? Ja. So in den See rein. Moment. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie ich das baue. Wo bist du denn da draußen? Daneben dir. Ich sehe da deine Steine. Ach so. Okay. Also wenn du bei mir reingehst, dann kannst du ja da auch rausgehen. Oh, jetzt habe ich keine Steine mehr. Doch habe ich. Da ist er ja... Ah, hatte ich quasi einen... Das ist auch eine Idee, ne? Ja. Und dann will ich mit Glas quasi wie so eine Art Gewächshaus bauen, weißt du? Okay. Du brauchst ja Wasser am Rand. Ja. Und dann... Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das so ganz so genau mache. Und dann wächst das auch, ne? Ja, okay. Und hier im Wasser sind wir auch, ich sag jetzt mal, relativ sicher vor Zombies und Skeletten. Obwohl ich da oben ein Skelett sehe. In der Klippe. Aber ich glaube, das... Jetzt ist es wieder weg. Das war ein Phantom. Das wird unheimlich. Ja, es wird ja auch dunkel immer wieder. Ja. Dunkel, dunkel. Das stimmt. Mhm. So, jetzt weiß ich wirklich noch nicht so ganz so genau, wie ich das bastle. Wie bastle ich das? Ähm, wo seid'n hier? Hm? Wo seid'n? Mhm. Also dann da an deine... Du kommst in meine Bude und dann kannst du ein bisschen durchgehen. Dann kommst du an so'n See raus. Ist eigentlich richtig idyllisch hier. Deine Bude? Ja. Da, wo die Schilder hängen. Ach so. Ja. Da. Die Bude. Der... Der Kastengang durchs Gewölbe. Oh, ja. Oh. Ist tief. Ja. Das stimmt. Fast wärst du ertrunken. Oder wärst du unter der Plattform gewesen. Was schwimmt denn da hinten? Hm? Was schwimmt denn da hinten? So, ein Tittenfisch. Der versucht zu laufen. Glaube ich. Den hole ich mir mal. Ja. Oh. Mach ich. Der haut ab. Das kann sein, ja. Da... Da ist aber ne... Da ist aber ne Kuh. Kuh ist gut. Ich bastel jetzt hier ein bisschen was aus Stein. So, hast du schon weiter gebaut. Vor allem, dass das hält. Tja, die Physik in diesem Spiel... Ja, die ist hattenberaubend, ne? Ja. Ja, jetzt hab ich von der Kuh nur... Ne, hab ich Fleisch gekriegt. Ich dachte schon wieder nur Leder. Was liegt denn hier? Ich hab ein Ei. Hey, ich könnt das Ding ja mal zumachen. Ich hab ein Ei. Ein Ei? Ein Ei. Oh ne, das wird mir zu tief hier. Ja, stimmt. Ich mach's mal wieder A. Achsel. Ja? Ich hab ein Ei. Ja, ist doch gut. Da kannst du dir ein Ei draus machen, was du isst. Hammer. Ich weiß jetzt nicht wie's genau geht, aber... Du kannst es auf jeden Fall gut benutzen. Ich hab ne Feder. Ich hab nen Huhn. Mhm. Ich hab nen Tintenfisch. Die mach ich erstmal wieder weg. Und nen Zombie um den Nacken. Oh oh. Na, ich glaub so ist das nicht ganz verkehrt. Ja. Achso, ne, da oben brauchst du nicht zumachen. Ne, muss ich nicht zumachen. Da wollte ich nämlich Glas drin haben. Das muss ich dann natürlich noch machen. Äh, beziehungsweise, warte mal, wir können ja... Pass auf, wir können ja hier zumachen. Hab ich noch Steine? Ich hab keine Steine mehr. Ja, guckst du dir runter an. Hä? Ich guck mir das jetzt einfach mal an. Ja, mach mal. Unsere Vollpro-Bauer hier. Ich geh mal hier kurz zum Ofen. Und pack da mal so ein bisschen Sand und Kohle rein. So, der brennt jetzt. Ich brauch noch Stein. Ich hol mal kurz Stein noch mal ein bisschen. Ich hab Steine. Wo soll ich den hinpacken? Ich auch. Ja, warte, warte, warte. Also in der Mitte haben wir jetzt, ne? Ja, eine oder andere Reihe. So. Dann packen wir da noch mal. Oder ne, da kann man besser rausgucken, ne? Dann lassen wir das mal so. Also das hier an der Seite können wir auch so lassen. Das ist okay. Dann brauchen wir da noch ein bisschen Wasser. Trinkst du gerade was? Ich? Nö. Wieso nicht? Und fährt denn noch was getrunken? Oder ist geschwommen oder so? Ich weiß auch nicht. Ne? Da kommt n irgendwas. Oh! Zombie! Wie? Hier beim Steiner schlagen? Ne. Ah, ich komm hier an. Oh! Ah! Na! Jetzt! Und lieber wieder herkommen hier. Durchs Wasser durch. Das ist... Zack! Da ist ja kaputt. So. Wo läuft denn das hier hin? Hä? Oh! Ja, da muss ich dann noch mal was machen. Da brauche ich dann noch mal ein Eimer Wasser machen irgendwie. Hopp! Ne. Fließt trotzdem noch, oder? Ne, geht's nicht mehr. So, ich nehme die hier nochmal weg. Wir können das ja hier ruhig in dunkel der Nacht... Achso! Ne, ne, nein, 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 nein! Was denn? Ne, das ist nicht richtig. Wie ist das richtig? Da muss Glas rein. Sonst, äh, und das Wasser, das muss da dran lang fließen. Weil, sonst, äh, kriegt das Getreide, was wir hier anpflanzen. Sonst... Verbeißt du das? Ah, ne, wir haben's schon wieder verkackt. Ja, ich würd sagen. Also wir brauchen quasi permanent Wasser da, damit... Ach, das ist eine Wasserrinne für die... Ah! Genau, ja. Und, äh, jetzt kann ich... Oh, aber es verteilt sich nicht. Ne, bei mir auch nicht. Jetzt nicht mehr, ne. Also hier hab ich schon Glas hingesetzt, aber nicht weghauen, sonst ist es kaputt. Ne, da kommt... Hier passiert aber auch nichts. Ne, ne, da... Naja, das kommt ja bald noch. Wir im echten Leben. Ja. Eins nach dem anderen. So ein Staudammbruch, gar kein Problem. Kommt erst in einer halben Stunde. Ah, warum macht er hier keinen...? So Axel, guck noch mal auf die Zeit. Ja, vier Minuten noch. Okay. Das ist annehmbar, ne? Ja, das überlebe ich gerade noch so. Oh! Zombie, hier hab ich! Wieder ein Zombie? Ja, dann müsst ihr den jetzt mal kaputt machen. Ah, was ist ein Creeper? Oh, der war frei. Achso, das ist ja gar nicht hier mein Ofen. Ja, Zombies rauschen irgendwie nur noch bei mir. Ja, bei mir aber auch. Achso, ne, das ist ein Creeper, das ist kein Zombie. Mach den mal kaputt! Ja, der kommt doch nicht! Da kommt hinten schon wieder der nächste. Oh! Die riecht uns! Oh! Oh, ey! Ja? Soll ich mal, dass es hier kaputt ist? Oh, mach es mal wieder! Da kommt noch einer! Da kommt ein Zombie! Au! Ich hab mich mit Dreck gehauen! Ja, gleich ein Herz weg! Kann man den noch mit Zucker töten? Mit was, mit Zucker? Mit Zucker, ich hab Zucker! Vorsicht, jetzt braucht er... Nee, nee, stopp, stopp, nein! Ja, hör doch auf, wenn wir kämpfen, das da hinzubauen! Warte, ich mach doch hier jetzt zu, dann kann er uns nix mehr! Ne, geh mal weg, Leute! Achso, denk doch nur an uns! Au! So, jetzt gehst du weg! So, passt! Jetzt sind wir hier drin in Sicherheit zumindest! Mehr oder weniger! Außer von oben kommt noch was! Nein! Oh nein, jetzt hab ich keine Spitzhacke! Nein, geh weg! Warte, ich mach das weg! Oh, sowas brauch ich auch! Eine Spitzhacke? Nein, nochmal aus Stein! Achso! Na, geht mal wieder rein! Da ist ein Freund! Oh! Genau, hier ist ein Zucker! Oh, ich bin tot! Ja? Hm... 31 Punkte, das ist nicht viel! Warte, ich hab mal ein ganzes Zeug eingesammelt! Außer die Blumen, die liegen da noch! Ja, die kannst du behalten! So, liest du ja folgende Regeln durch? Wo bin ich denn? Ahne, warte, warte, warte! Ich hol dich wieder, warte! Ja, das hab ich mich vorhin auch gefragt! Warte mal, Mope war das, ne? Oder der Mope? Der Mope! Der Mope! Teleportieren machen, mach mal hier! Akzeptieren! Ah! Okay! Ah ja, jetzt bist du da, siehste! Wo liegen gibt's die Sachen? Ich hab die! Ja, der Dusen hat die eingesammelt! Achso! Der verwahrt die für dich! Alter! Au! Hä? Ich zünde dich an! Was macht ihr denn da? Ich hau dich! Nein, zum Rettor! Ja, ich auch fast! Aber hier ist irgendwo ein Zombie! Ja? Ne, hier war ja auch grad einer drinnen, ne? Ne, hier ist noch einer! Ich hör's brummen! Ja! Ah, er draußen vor der Tür! Vor der Tür! Hey, mach mal auf! Ja, mach den mal kaputt! Der klopft so nett! Aua! Dann ist unsere Folge auch zu Ende! Ich hau ihn mit der Hand! So! Macht mal einer wieder die Tür zu! Ja! Hey, wenn er klopft, müssen wir aufmachen, oder? Ja! Ja! Ah, gut! So, liebe Leute! Mhm! Wir sind mal wieder am Ende angelangt! Ja! Ja! Sehr, sehr sinnlos die Folge! Ein wenig, aber es geht schon! Ja! Na ja! Auf die Anwesenheit kommt's an! Ne? Genau! Gut! Wäre lustig gekommen, wenn die ganze Höhle vollgelaufen wäre, aber... Ich mach nochmal ganz kurz hier... Der brennt! Ja! Weil's jetzt langsam auch wieder Tag wird! Ui! Was hat denn der da für leckeres Fleisch in der Hand? Ah! Die sind ja kaputt! Ja, liebe Zuschauer! Das war's wieder in unserer heutigen Folge Let's Play Together! Mit... Da Mop! Und... Torte LP! Würde uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet! Und euch einen schönen Abend! Ja! Wünsch ich ebenfalls! Tschüss! Danke! Macht's gut! Ciao!